schon uns wieder eingeschaltet hast willkommen zurück hier auf meinem kanal mein name ist peacekeeper und ubisoft hatten patch notes veröffentlich es geht um vier operator ganz besonders um cavera und clash cavera wurde sehr stark genervt und clash hat einen guten buff bekommen fangen wir mit cavera an nerf zu cavera solution angesichts ihres aktuellen sieger delta sind wir in der meinung dass caff ein wenig stark ist und wollen dass sie weniger frustrierend ist gegen sie zu spielen diese änderung zieht darauf ab ihre rolle als tarnung und prinzessions operator stärker zu betonen der schaden sank auf 65 von 99 das magazin format wurde auf 12 reduziert von ehemals 15 erhöhter rückstoß und verkettete schüsse auf lange sicht herausfordernd zu machen erhöhte ausbeutung des hüftfeuers um die rentabilität vom sparing von nicht adr schüssen zu verringern also der schaden ist ja fast ein drittel gesunken sei ich mal von 99 auf 65 dann hat er drei monoton weniger sie und dann erhöhter rückstoß wenn du enteinander schießt und erhöhter rückstoß wenn du aus der hüfte schießt schmeckt würde ich sagen aber ich gehe jetzt darauf nicht rein das mache ich am ende ich lese mal weiter bach zu clash sekundären sp smg 9 indem wir sp smg 9 in ein pseudoprimärsystem verwandeln um ihr etwas mehr effizienz und feuerkraft zu verleihen wollen wir ihre leistung und situationen verbessern in denen ihr die team unterstützung fehlt upgrade auf vollautomatischen feuer modus von zwei schuss bürst feuer modus der rückstoß wurde aktualisiert um ihn mit anderen vollautomatischen waffen abzustimmen erhöht der gesamtmunition auf 61 von ehemals 121 machen wir weiter mit kait bei kait wurde bis denn die waffe verbessert und zwar die aug a3 da wurde die ads geschwindigkeit um 33 prozent erhöht die mp5 wurde auch bisschen verändert und zwar wurden drei schadens punkte verringert also hat die war von nur noch 27 anstatt 30 schaden so was halte ich von den veränderungen ich muss ganz ehrlich sagen ich bin jetzt ja schon der kavira spiele aber er und locker im rang eher weniger und für mich ist kavira ein fun operate ich weiß jetzt nicht wie es euch geht ob ihr kavira wirklich so einen kompetitiven rangbereich öfters nutzt oder um einfach spaß zu haben deswegen ist es jetzt nicht so schlimm und clash finde ich eigentlich gut weil clash hatte halt so oft situation in dem sie halt nichts machen kann wenn die leute einfach pushen dauert es halt extrem lange bis sie wechseln die waffe war jetzt auch nicht so stark von daher finde ich es eigentlich ganz gut kait kann man machen und die mp5 da bin ich ja weiß ich nicht finde die mp5 war oder gehörte zu den wenigsten waffen die am gebalanceden im spiel waren also die waffe war richtig okay fand ich also weder zu stark weder noch zu schwach aber ja drei schadens punkte kann in der einen oder anderen situation fehlen ja meine freunde das war's mit dem info video was haltet ihr von veränderungen was findet ihr gut was sagt ja ist nicht so gut schreibt es mal gerne und in die kommentare und wenn ihr das video gefallen hat würde ich mich selber nach oben freuen und wenn du dich abonniert hast kannst du auch gerne abonnieren macht's gut bis zum nächsten mal und ciao bis zum nächsten mal